Ich habe mir, glaube ich, den einfachen Gegner am Anfang genommen... Wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen... Ihn hier, ich weiß nicht, wer das ist... Und das ist... Tatsache, es ist Ringman... Und nein! Okay, oh mein... Äh, kurz nachbauen... Oh, hey, wir haben den Energie genommen, und da ist auch das komische, kleine Energie, da... Und wir können wahrscheinlich wieder fünf Stück, wenn wir diesmal schon mal trauen... Okay... Oh, boh, 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 was hat denn... Ein bewegenes Loch, auch nicht schlecht... Okay, lass mich in Ruhe... Ah, einfach durch, 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 durch... Was? Was war das denn? Ein Planet, uh... Ja, ja... Ja... Hopp, hopp, hopp... Du, 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 du... Du, 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 du... Was war das denn jetzt? Na, nein... Das Spiel hat kurz gehangen... Weil ich die Energie eingesammelt hab... Weil ich die Energie eingesammelt hab... Was ist, wenn ich jetzt was nehme? Boom! Ah, cool! Cool! Wie ist das jetzt hier? Wir sind uns weg! Nein! Nein! Ja, das ist wahrscheinlich die ganzen Chips ansammeln kann. Du störst mich. Okay. Wow. Das ist ein ganzes Level, ey. Aber klar. Das ist ein ganzes Level. 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 Oh, ist das unfair! Boah, ist das unfair! Oh, ist das unfair! Nein! Das ist so unfair! Das ist ein ganzes Level. 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 Okay ... Um, uum, um, uum, im, um ... Uuuh, uuh, uhhh ... Uuh, hoot, wieder auf, äh, äh ... Das ist eine ziemlich genialer Attacke. Und jetzt ... bla 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 ... links 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 ... Das ist doch ganz einfach... Fiss dich Warum sieht das hier aus wie am Anfang? Okay, hier sind wir nicht am Anfang. Nein. Oh, der hat Energie von der Gassenpol. Wo ist es am Anfang sehr ähnlich und hier auch wieder nur mit so einem komischen Ding. Kameradisch, kommt so... Okay. Kann ich wieder genauso machen wie vorhin? Hä? Okay, Einfallsreichtum Null. Was soll das? Das ist... Ein Leben. Er leckt mich dahinter, sind Instant Decks. Jetzt wollen wir weg. Ja. Okay, jetzt muss ich. Komm. Ja. Ich hab's. Was soll das? Nein. Was soll das jetzt? Ich hasse das. Ich hasse das. Nein. Ich... Mit diesem scheiß Schuss. Fuck. Fuck it. Oh, ich darf zum Glück hier wieder anfangen. Okay. Gut, hier will ich runter. Den will ich kaputt machen. Wir gehen zum Glück mit einem Schuss kaputt. Dich will ich kaputt machen. Hopp. Wo bist du? Sum. 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 Wupp. Wupp. Warum konnte ich nicht? Hä? Unlogisch. Hopp. Hopp. Moment. Das ging von... Links nach rechts weg. Genau umgekehrt im Gegensatz zu denen. Genau. Wupp. 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 Was ist? T. Ich weiß nicht was das ist, aber ich will's haben. Vielleicht die mit dem Protein kaputt machen? Na ja. Äh... Achso, ja, ist klar. Hier stehe ich dir auch zu, dass du unverwundbar bist. T. Okay, wofür steht's? Okay, äh... Moment. Next. T. Hm. B und T. Okay. Kein Plan. Hopp. Ich hasse Pixelsprünge. Äh... B-b-b-b... Okay. Äh... Will ich haben. Wie viele sind das? Ich muss mal nachschauen. Next. 92 hab ich jetzt. Nachschauen. Next. Acht Stück. Hm. Komisch. Warum acht? Das ist total unnötig. Unlogisch. Egal. Wir gehen weiter. Woho. Was bist du? Woho. Was war das? Was bist du? Dann kann ich dich treffen. Ja, ist klar. Ich stehe euch ja an so ne Attacke-State. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Erwischt. Das Figo geht zu voller Energie. Das Figo geht zu voller Energie. Wuhh. Wuhh. Leck mich. Ich hab den Coil. Wuhh. Ich hab meine Coiler dabei. Wuhh. Wuhh. Rush geht das jetzt eigentlich? Wuhh. Wuhh. Du bist. Der Blöder. Klo in Qualität, Michael Das ist der stand. Sie als Schell! Den 9... Sicher den 62 veces zu legen. Du bist letztendlich in der Katrin Magall deveinen. Der Seite SFP Nein, okay, ich lass es nur heute. Ich dachte, dass ich zu spiel bin, so reg ich mich mir viel zu sehr aus. Ähm, okay, das war Mega Man für heute. Also, ich werd nicht viel spielen, das sind jetzt zwei Folgen, die ich hab. Egal, wir haben einen Gegner. Uiui! Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.